So, da ist mir das Spiel kurz abgeschmiert, und zwar wollte ich gucken, welche ich in den Kommanden nenne. Das ist ein Ruin. Da brauche ich auf jeden Fall keine Blutung. Unheil, Schloss der Bändigung, Stressschadung, Gruppe von Fähigkeit, Warnung, wow, das würde ich gerne haben. Kriege ich eine sinnvolle Gruppe zusammen? Nekromanden leerlegen, Kriege ist Licht, Kind ist Schicksal, wahrscheinlich würde ich fast eher Kronk mitnehmen, als Heiler, und zweimal meinen Herrn. Einfach nur, weil die ganz gut ausgerüstet sind beide. Sehen wir gerade auf, Plus, Abwehr, Minus, Crit, Nahkampf, Viecher, Minus, Heilfähigkeiten. Plus, 30% Heilfähigkeit ist jetzt schon krass. Gegen Mensch. Die sind keine richtigen Menschen, oder? Die Sachen könnt ihr aber nicht mitnehmen. Beethoek will ich aber eigentlich auf jeden Fall noch ersetzen. Kann ich aber nur mit einem von denen hier. Rotfeder ist da Quatsch. Und die müssen auf jeden Fall vorne stehen. Können wir jetzt einen Desert Fox für Gift mitnehmen noch. Na, Aktivität. Na, Aktivität sortieren geht irgendwie nicht. Na, Stress sortieren. Ich habe ein paar Leute noch nicht in Stress geschickt. Komm, hast du irgendwelche Vorlieben? Die ist verlangen nach Alkohol. Das stimmt, deswegen habe ich dich die letzte mal Beten geschickt. Hier, meditiere mal über deinen Alkoholkonsum. Zack. Warte, das finde ich irgendwie Quatsch bei dem. Na, Aktivität minus ausweichen. Das ist vielleicht okay. Da kann ich nicht mehr so auf den Na, Aktivität machen. Plus Crit, plus Geschwindigkeit, minus Chance auf Togend, minus erhaltene Heilung. Das ist das erste Mal, dass ich einen seltenen Gegenstand benutze. 3% Crit ist schon echt viel. Ich frage mich halt, ob ich lieber ihn benutze. Weil das ist halt auch wieder so ein mittleres Ding. Ich kann sie halt selber heilen, ich nehme doch mal mit, denke ich. So, jetzt wollte ich noch gucken. Gilde? Nein. Rotfeder. Ja. Genau das. The Line. Wollte ich noch ein besseres Schwert mitgeben? Ich brauche natürlich viel Ausrüstung. Desert Fox. Erstmal die, die noch gar nichts so richtig haben. Gronkh. Muss, denke ich, reichen. Ich brauche noch etwas Besonderes. Ach, mit den üblichen Verdächtigen. Mehr nicht. Ähm, muss ich noch etwas upgraden? Kann ich nicht. Gülde? Kann ich nicht. Gülde? Kann ich nicht. Reitleuren kann ich nicht. Taverne. Bringe die Verhandlungskosten. Aber ich brauche die Bilder auf etwas anderes. Die Büsten. Wollte ich die Büsten nicht benutzen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Krankheiten zu heilen. Bringe die Behandlungskosten mit positiven Ticks mit 10%. Dann bringe die Behandlungskosten mit negativen Ticks mit 10%. Wenn das relativ teuer ist, werde ich das mal machen. Und damit sieht das Sanitarium schon ein bisschen besser aus hier. Ähm. Ne, ne. Weichbarer Accessoires auf 4. Verringer die Kosten mit Accessoires um 10%. Schwer zu verkunden. Alter. Am plus 100% verbraucht er eine Strass. Hier schon gegen Todesstoß. Stressschaden bei Licht. Chance auf Tugend. Düsteres Tambourin. Hier kann ich nichts aufwerten und hier auch. Ich würde mich jetzt mal versuchen an dem Nekromantenlehrling. Ich hoffe, ich bin dafür vorbereitet. So, Weihwasser. Zwei, drei Schaufeln, damit ich nicht wieder in irgendeinen Scheiß reinlaufe. Zwei davon. Zehn Fackeln. Zwölf Essen. Zwei Bandagen. Zweimal davon. Zweimal davon. So. Aufbrechen. Geheimnis über Leben und Todes war in meiner ersten Prüfung. Ich begann mit Humilder, aber meine Ambition war limitlos. Wer könnte es sich verabschieden, die Prophetischen Importen von etwas so unheimlichem, wie ein Blut in der legge eines Mötigen. Wir sind mad und desperate an der Stelle, weil ich will eigentlich die Belohnung haben. Und wir haben die Falle schon mal nicht gefunden. Das ist kacke. Ich habe mir jetzt den Schaden gemacht. Okay, ich habe relativ viel Stress schon. Das ist nicht so geil. Wir kriegen die vier. Ah, klar. Noch mal richtig schön Schaden ausgeteilt. Und ich kann schon mal beide wegmachen. Sehr gut. So, dann heil ich dich mal. Oh, die Akten-Kritt hier in der Heilung war zwar nicht nötig, aber er verblutet hat. Na, ich habe dem nicht den Skill gegeben zur Stressreduktion. Das wäre sinnvoll gewesen. Das wäre sinnvoll gewesen. Oh, ich habe es versucht. Na, blutig. Dann ist es okay. Unverschlossene Truhe. Manchmal ist nämlich eine Falle drauf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Erkunden. Sehr gut. Rum kann man Kuriositäten und auch nur Kuriositäten. Der, habe ich ja irgendwie, wenn der Fallen öffnen kann, ist sinnvoll. 20, 30, 30, 20. Nein. Weg mich vielleicht woanders hin. Und nicht da, wo die Fallen sind, in zwei Wäppel. Rookshock und Tom Beute. Oh, Essen und die Linke Gold. Das freut mich. So, zack. Und hier werde ich mir meinen Schlüssel benutzen für den Sack und Frag, diesmal würde ich sagen. Direkt mal hier wieder ein drauf geben. Siehe da, das Unschöpfeuer der Sterne. Ist das für ein Attacker, was die sagen? Das wäre ziemlich geil, weil das passt dann ziemlich gut zum Attacker gerade. Einfach ein Anklager. Solche Granate. Ich freue mich da hinten. Aber sie hat widerstanden. Das finde ich das unfair. Oh, der hat jetzt schon so viel Stress. Ich mache da drei bis sechs. Das ist schon mal einer tot. Noch einer tot. Noch einer tot. Ja, ich wiederhole mich gerade. Schlüssel. Den Inhalt frei. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich gehe mal da lang. Jetzt schon. Alter, die Fresssäcke. Hier ist das leer. Ich habe echt ein bisschen Stress-Schaden-Probleme gerade. Das ist nicht so geil. Dekorativer und verstorbenen Krankheiten vorzubeugen. Kein Effekt. Kein Effekt. Weil was? Weil was ist doch das, was ich nehmen sollte? Das, was spontan mehr in den Sinn kam. Was hast du das? Oh fuck. Nein, nein, nein. Boah, schweinkert. Ne, da werde ich nicht reingehen. Weich, Stuhl. Mega behindert. Ich gehe mal nach vorne an, weil sonst kann der eh nicht viel machen. Momentan gerade. Ich habe nicht so viel Gefühle stand. Das ist eigentlich Wurst. Seitdem. Ich gehe jetzt mal ohne rein, weil ich will hier eigentlich lagern. Und dann habe ich eh wieder 100. Fuck. Bei dem Kampf. Ich bin trotzdem überrascht. Bei dem Kampf geht es wohl. Dreck mal einen rausgekickt. Ja, das ist das so. Äh, ein verwirrender Knall. Ein Widersatz. Arsch. Ausgewichen. Ich bin jetzt Prezi. Stress, Monster, Prezi, so ein Schaden. Überraschte Helden. Netz. Okay, das ist ja markiert. Macht nur den Schaden. Gut. Biss. Gift auch. Gift auch nicht gut. Zum Glück ein Pest. Damit. Zum Glück habe ich ne Pest. Damit. Ein kritischer Heilung. Das war jetzt ein bisschen der Stress. Das ist ganz nett. So, Gefechtsmedizin. Das war den blöden Quatsch heilen, den ich mir da aufgeheizt habe. Und dann ist ein Ball ausgewichen. Die Arschgeigen. Ich wollte eigentlich beide mit einem Schlag töten. Ach man. So, jetzt aber. So. Weg. Ich kann jetzt schon das nicht mehr mitnehmen. Ich kann die Wappen nicht mitnehmen. Will ich die Wappen mitnehmen, will ich die für irgendwas anderes eintauschen. Ich glaube, Gegengift brauche ich nicht so wirklich. Zumindest nicht im Kampf, weil ich den Pestdoktor habe. Am Schluss her. Da kam ja gar nichts raus. Das gab ja gar nichts. Aber ich habe mich dann wieder verschwendet. Geiste der Ansprache. Das auf jeden Fall. Damit ich nämlich nie wieder überrascht werde. Ich will jetzt noch was anderes machen. Quarantäne. Was ist das? Heilung. Halten, Heilung. Krankheit des Ziels entfernen. Naja, das brauche ich alles nicht. Der Prayung. Vielen Dank.